Hallo liebe TV-Topia-Freunde, ich begrüße euch recht herzlich hier in dieser Gruppe. Nun, für alle, die mich noch nicht kennen, ich möchte euch noch mal ganz kurz vorstellen. Also mein Name ist Jens Gollwitz, ich werde bald 54 Jahre jung, bin auch verheiratet, habe also zwei Kinder, zwei erwachsene Töchter und auch schon Enkelkinder. Naja, gut, okay, das tut jetzt aber nicht zur Sache, nur für diejenigen, die mich halt nicht kennen. Viele kennen mich schon aus den Beiträgen unserer Gruppe Benjamin, der fliegende Holländer, da ist ja auch relativ viel auch schon berichtet worden, da ich mit Benjamin auch sehr, sehr stark zusammenarbeite. Meine Frau ist sicherlich auch bekannt und ich möchte ganz kurz etwas zum TV-Topia erklären. TV-Topia, in dieser Gruppe kann im Grunde genommen jeder teilnehmen, der Spaß und Freude hat am Leben, sag ich mal, ja. Das heißt also, jeder hat in einer gewissen Weise auch schon Erlebnisse mit der Natur gemacht, hat die gefilmt oder hat dort mal einen Beitrag gestellt, wo er sich sagt, ach nee, lass mal lieber weg, ich möchte das doch nicht irgendwo hier reinbringen. Das kann man hier beispielsweise auch bringen, weil jede Idee, die man hat, hilft einem auch zu Hause weiter. Diese Topia-Gruppe soll im Grunde genommen dazu dienen, dass wir hier nicht großartig einen riesengroßen Block gründen müssen, sondern dass jeder sein eigenes Topia leben kann, aber es auch gleichzeitig zeigen kann. Man sollte nicht kamerascheu sein, man sollte nicht scheu sein, da mit Menschen umzugehen. Das ist nun mal so, aber man kann auch in diesem Falle im Hintergrund mitgestalten, beziehungsweise die ganze Sache da, sag ich mal, ein bisschen aufheben, indem man auch Diskussionen oder vielleicht mal einige Bilder postet. Wichtig ist es hier, dass wir hier in Frieden zusammenarbeiten, dass wir hier in einer gewissen Weise auch Konzepte vielleicht